Herzlich Willkommen zurück zu Grand Sift Auto 5 mit Eresu. Ich bin Eresu und wir besuchen unseren Boss. Michael. Michael ist da. Ich bin da durch 100 Kilometer Meter, um meine Frau zu verletzen, in meinem alten Bett zu verletzen. Hey, du! Stopp! Ich bin da, okay? Ich bin da. Michael, calm down. Was ist da passiert? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked the frickin' my bet. You bullshitting me. It wasn't like that. You win? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Okay, home? What happened? The guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I pay the teacher tennis. The tennis coach? Oh, that's fucked up, man. You're a risk dude, homie. You know, back in the hood? Man, we gotta watch out for the mailman, dog. Yeah. Yeah, I'm a cuckolder, snob and a f***er, f***er shit. And a f***ing cliche. Hm, hm, hm. Gleich haben wir ihn, keine Sorge. Können wir das Auto wegsehen? Nein, haben wir nicht. Siehste, da. Mikey gibt's nicht direkt auf. Hm, hm, hm. Doch, ich brauch die Erklärung. Denn auch mit dem Arbeitsverhältnis ist immer noch die Frau eher die Person, mit der ich reden würde. Der ist aber schnell nach oben gekommen, ne? Na gut, ich hab mir auch ein klein bisschen Zeit gelassen. So. Wir sind da. Da ist ein Winch in der Backung des Trucks. Tiefe ein Kabel zu einer dieser Supporten da oben. Du findest, du holst das Deck runter? Hey, der Brick holt mein Verhältnis runter. Man, du wirst wirklich so dramatisch sein. Ja, egal. Ich hab dir gesagt, ich konnte die Session, Mann. Aber es gab viele Session, Mann. Ich dachte, du werdet mehr als nur ihr Nachhinein arbeiten. Mandys Backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my Backhand. On your face. Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, für ganz schlechte Wortwahl. We hooked up, man. You come into my house, take my money and nail my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say, that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey. Wait, you got the wrong idea, pal? Okay, wir spielen mal wieder Michael. Here we go! Haha, let's see what I'm doing. Okay, der führt gerne mal Charaktere so ein. Oh, shit! You see this shit, dog? Na, los. Und weiter. Immer schön weiter. Und irgendwann geht das Auto kaputt. Ach Gott, Jen. Da ist mehr als die Veranda runtergekommen. Hing noch was dran. So, ich find's etwas merkwürdig, dass wir das Seil nicht mehr losmachen mussten, aber wahrscheinlich... Mr. DeSanta! What the hell! That's not my house! Bullshit! Oh, bro! I couldn't afford a place like that! I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there! Give me a phone! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light, green light! Martin Madrazo, fuck you! Whoa! Oh, Martin? Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Hey, dude's a kingpin, homie. You better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. Die können alle nicht fahren. Oh, oh. Oh, that was quick. Alright, help me deal with this. I'll give you the call, man. Keep driving! Okay, ich soll die Leute abhalten. Wechsel möglich zwischen Michael und Franklin. Ähm. Hm, hm, hm. Wenn ich mich noch... Ah, okay. Mit... Ja, sie sind noch da. Bin aber nicht sicher, in welchem Auto. Ah, dieses Auto. Äh, so. Wir wechseln wieder und wir fahren. Ah, der schießt auch so. Okay. Ja, ich versuch's ja. Hm, hm, hm. So, und wechseln. Okay, ich hab den einen und... Entschuldigung. Gut, kein Problem. Wir haben gewonnen. Moment, da ist noch irgendwo einer. Sehr gut. Die Autos brennen klein bisschen, deswegen gehe ich da mal lieber nicht hin. Kraftgenauigkeit, Munitionskapazität, Ladungsschwindigkeiten und Fadenkreuzverhalten verbessern sich, wenn sich der Schießenwert erhöht. You okay? I mean, you did good, okay? Man, I'm cool, man. I mean, you, mental. Woohoo. Man, I'm cool, man. I mean, you, mental. Mentally? Oh, man, I'm fucking X. My heart ain't puffed like that in a year. Hoo! Yes! Fucking A, Bubba! Man, you sound kind of mad. You just been green lit by the Mexican Underworld Ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking Clans. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second guessing. No good, man. Woo! Yeah, do us something for a change. Ja, er hat sich ein bisschen gelangweilt. You are wasteful. Hey, watch! Sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that. I'm better than that. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dog. You don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taken some scores? There was a time. That was all I did. Shit, well, you know, I could tell you some shit too. Yeah, like what? The city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea, it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside? Sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know, what the hell is going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are, I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now, maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring. But the charges were dropped. Because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, I've got a question for you. That is not helpful. Did you have a architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel, while you finance the rebuilds, won't you? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuilds will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Nicht freundlich. That's nice. Come on, man. Damn, are you okay? Never better. So what now? Looks like I'm going to have to postpone my retirement. Fuck. Oh man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm going to have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm going to have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, Noah. Fuck. Shit. Yay, Eheberatung. Bestanden. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Eheberatung. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Hm, tactful and charming, even in death. Come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Auf dem automatischen... Ja, okay. Das ist kein Problem. Wir wollen das bitte überspringen. Äh, überschreiben. Da ist unser Auto. Und wir sollen zu Lester. Ich würde sagen, dann fahren wir zu Lester. Hm, hm, hm. Und, oh, pala. Vorsicht, Leute. Fahrt vernünftig, sonst fahre ich euch um... äh, über den Haufen. Das da hinten war ein schnelles Auto. Das möchte ich haben. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me, as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Yay, ich kann jetzt der Dr. Friedlander aufsuchen. Wenn er schon die ganzen Hypotheken aufnehmen musste, dann ist es vielleicht nicht so, äh, klug von ihm, die Preise von Dr. Friedlander ohne zu, äh, zu bezahlen, ne? So, hallo. So. Jetzt kommen wir schneller an. Entschuldigung. Oh, Gott. So, da hatten wir eben eine SMS noch. Hey, Mender, ist es noch zu früh, um Tennis zu erwähnen? Ja. Ich schätze, ich werde so schnell keinen neuen Tennislehrer bekommen. Daher brauche ich jemanden zum Spielen. Ich fürchte meine Schlägerheit und lasst nach. Okay. Ja, da haben wir die gleiche Spam-Mail von, was war das doch? Ne, von dem Waffenladen. So leicht, wie es ist, Autos zu klauen, wäre das wahrscheinlich der, die schnellste Methode, äh, Geld zu verdienen hier. Einfach immer Autos mitnehmen und verkaufen. Selbst mit den Reparaturkosten, wenn die abgezogen werden, nachdem ich hingefahren bin, sollte das immer noch ziemlich lukrativ sein. Gleich sind wir da, nehme ich an. Moment, nein, hier, wenn wir hier langfahren, dann biegen wir nach links ab, das will ich nicht. Vielleicht sollte ich mir auf der Karte einfach mal den Weg anzeigen lassen. Kann ich hier drunter durchfahren? Nee. Schade, wäre praktisch gewesen. Hm, hm. Gut, da kann man nicht lang. Hier geht's aber lang. So, schuldigung. Oh Gott, nein, nein, nein. Mein Auto ist kaputt. Ich bin nicht sicher, ob ich hier wieder auf die Straße komme. Ja, doch, klappt ohne Probleme. Sehr gut. Und wir sind weiter auf Kurs. Denke ich. Sollte wirklich das GPS einschalten? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe auf die Karte geguckt. Au. Aua. Zeit, die Waffe zu nehmen. Da kommt nämlich jemand. Und da geht jemand. Wunderbar. Ich brauche ein stabileres Auto. Entschuldigung, das ist meins. So, hier haben wir offenbar ein Filmstudio oder so. Vielleicht ist es noch ein Kino. Weinrod Records. Nicht? Scheint ein Studio zu sein. Ich muss dir die Stoffer auf dem Hintergrund geben. Schaltegock. Ich frage mich, wie ich zwischen den Leuten umschalten kann. Oh, ich kann. Moment mal. Okay, ich kann direkt die ganze Zeit zwischen Franklin und Michael umherschalten. Gut zu wissen. Manche Missionen können nur von bestimmten Charakteren gestartet werden. Blaue Buchstaben stehen für Michaels Mission, grüne für Franklins. Okay. Und wer ist dieser Kerl da unten? Nein, ich will ihn nicht beenden. Eventuell ist das der Online-Charakter. Okay, wir gehen zurück zu Michael. Und wir schalten jetzt das GPS ein. Jobliste ist es nicht. Achso, ne, unter. Ah, Moment. Doch, das sollte funktionieren. So, und. Wunderbar. Dann aufzulästern. Dann aufzulästern. Ich denke, wir mal... Oh, Martin hat jetzt neuer Kontakt. Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht noch... Äh, dass ich... Äh, du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wirst du... Äh, wirst du echt übel. Verdammt, ich kann nicht reden. Und es hilft nicht, wenn der das Wort nicht ausschreibt. So, ich denke, wir fahren wirklich nur noch hin. Und wenn wir angekommen sind, dann... ...machen wir den Cut für diese Folge. Au, au, aua, aua. Au. Ich glaube, dem da geht's nicht so gut. So, und... Weiter geht's. Hm, hm, hm. Warum funktionieren die Autos nicht richtig? Dauernd fahren die gegen irgendwas gegen. Und wir sind fast da. Sehr schön. Verschiedene Ereignisse finden täglich überall in San Andreas statt. Sie werden auf deinem Radar markiert, wenn du in der Nähe bist. Gut. Da winkt jemand. Warum winkt jemand? Okay. Ja, okay. Ich komme, ich komme. Helfen kann ich. Ach, kommt, Leute. Ich wollte was Gutes tun. 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 Oh, shit. Ich wollte was Gutes tun. Ich wollte was Gutes tun. Ah, shit. Einige zufällige Ereignisse belohnen den Spieler mit. Ah, Geld. So. Jesus, ja, okay. Oh, mein Gott. Du willst also die Stigmata-Strafe. Halt kurz die Hände still. Jesus Christus. Möge. So. Oh, ich glaube, ich habe sie getötet. Ich wollte hier nur die Hände durchschießen. Okay. Auf zu Lamar. Ich glaube, sie wissen, dass ich da bin. Lamar, ich brauche Asyl. Lamar, wo bist du? Ah, geschafft. Ich wollte hier eigentlich... Oh, okay. Hier können wir jetzt den Cut machen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, leb wohl hinter das Kommentar und adios. Ich hoffe, es hat gefallen.